Es ist gerade traumhaft, ein Kind an ihn haltet, Laureus-Wochenende zu Beginn, weil das macht wirklich Spaß. Wenn ein Jens Lehmann auftaucht, dann spielen die Mädels zurück. Das Highlight war, muss ich sagen, wie die Mädels wirklich draufhauen können. Also wenn die da Adler aufnehmen. Jens hat es fast mal aus dem Tor gejagt. Die Mädchen haben Spaß. Ich glaube, das sieht man. Sie wollen eigentlich immer mehr. Wenn sie aufs Tor schießen, wollen sie nochmal aufs Tor schießen. Wenn sie Übungen machen, wollen sie nochmal die Übungen weitermachen. Sie genießen auch diese Aufmerksamkeit. Wenn Laureus ruft und alle Botschafter kommen, dann hat das schon was Besonderes. Das Entscheidende ist, dass wir diese Begeisterung, mit der wir Botschafter auch hinter den Projekten stehen, mit der Begeisterung, die wir immer ernten dürfen, wenn man mit den Kindern arbeitet, dass wir diese Begeisterung auf die Gäste einfach überschwappen lassen. Das wäre der erste Scheck, der jetzt auf der Bühne geführt wird. Wichtig ist, dass es eben für die ganzen Kinder und Jugendliche zugutekommt. Die ganzen Sportstätten, die wir unterstützen. Und ich hoffe, dass wir heute haben, wieder sehr viel Geld einsammeln werden. Und an den wunderbaren Bespender einen Riesenapplaus. Franz Beckenbauer, der wildeste Tiger, den der FC Bayern jemals hatte. Vielen Dank. Ich freue mich, hier viele von den Sportlern zu treffen. Ganz besonders, muss ich sagen, freue ich mich Mike Horn, hier bei uns neben mir am Tisch zu haben. Das muss ich einfach loswerden. You will never be remembered what you have taken from life, but you'll be remembered what you left behind. So thank you to the Laureus. Thanks for the great work you guys are doing. Thanks for all of you. Sechshunderttausend Euro für Laureus. Auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ich glaube, ich habe die Jungs heute geschlagen. Also Dobeleit, Leichtathletik, Gottwald, Ski und Fliegen und Boris Tennis. Hockey hat heute gegen die Jungs gewonnen. Ja, jetzt sind wir noch Kurs spielen, werden wir noch Spaß haben, Spaßkette dazu. Ein perfektes Wochenende.